Es wird auf jeden Fall übrigens auch mal einen Minecraft-Let's-Play-Livestream geben in ein paar Tagen. Noch nicht, aber ich will so ein sehr großes Lagersystem bauen. Und das wird mich wahrscheinlich locker mal so 10 Stunden kosten. Und ich glaube, in der Minecraft-Folge das zu machen, ist ein bisschen wasted. Deswegen werden wir das mal auf jeden Fall machen. Zwei Drittel des Streams Kakteen suchen. Digga, ich habe so lange gesucht. Bro, ich muss euch dieses scheiß Rohfall zeigen. Ich habe so lange gesucht, Bruder. Ah, hier. Oh mein Gott. Guckt euch an hier, wie ich diesen dummen Hurensohn... Sorry, aber anders kann ich nicht sagen. Bruder. Guck mal, ich habe nebenbei angefangen, Minecraft-Videos zu gucken. Und da war gerade ein Placer für irgendeine Scheiße. Es ist leer, Digga. Bruder. Ich war so pissed, Digga. Das habe ich so abgewirkt. Soll ich ehrlich, war ein geisteskranker Cut. Guck mal, hier kam der Cut, hier kam der Cut. Hier ist ein super Speed. Wie nehmen wir das? Digga. Ähm, why is that not working? That's better. Now the entire machine needs to be built. So then, if... Äh, da habe ich... Wait, da habe ich das selbe T-Shirt an wie gerade. Naja, ich habe es zwischendurch gewaschen halt, ne? Gut. Gut. Vielen Dank.